Bundeskanzlerin Merkel ist offenbar noch intensiver vom US-Geheimdienst NSA bespitzelt worden als bisher bekannt. Die Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlichte neue als geheim eingestufte Dokumente. Danach soll die NSA unter anderem auch ein Gespräch Merkels mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon aus dem Jahr 2008 abgehört haben. Dabei war es um die Bekämpfung des Klimawandels gegangen.